Willkommen zurück und weiter. Tja, mir fehlen gerade etwas die Worte, aber egal, am Anfang ist es ja eigentlich nicht so schlimm. Gut. Aber was laber ich? Ich sollte jetzt hier nochmal am besten weitermachen an dem Haus. What? Roll red? Okay, cool. Äh, ja, Kohle hatte ich jetzt eigentlich auch schon dabei. Öfen, die stelle ich. Die stelle ich, die stelle ich. Ja, direkt hier weg. Hier so rein. Einen hier so rein. Den anderen... Keine Ahnung. Bei dem anderen warte ich jetzt erstmal. Die Pärre, ähm, Fichtenholztreppe brauche ich ja nicht mal. Da kann ich ja dann verbrennen. Daraus mache ich mir dann erstmal was zu essen. So, ich habe mir jetzt überlegt, ich versuche jetzt dieses, äh, Drecks wieder umzutöten. Aber es wird auch nicht ganz einfach, den da so leicht, äh, irgendwie umzutöten. So, ja, wo hole ich jetzt noch Steine, ja, Steine, 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 hier. So, ja, einfach mal das abgebaut, damit ich hier unten sorglos mal umher wandern kann. So, hier. Dann direkt, was auch noch wichtig ist, äh, die Sachen gleich erstmal wegtun. Und dann, ja, mal gucken. Erstmal das gebraten und dann jetzt hier noch die Maus, die Kohle hier rein. Den Rest verstaue ich jetzt in der Truhe, damit das da mal in Sicherheit ist, bevor ich das alles verliere. Sonst ist es ziemlich ärgerlich. So, dann noch klar, was ich jetzt habe. So, jetzt müsste ich dann auch lange die Maus dazu bekommen. Cooked Red ist auch da. So. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier runter. Und gucke mir das Spektakel jetzt mal an. Wo ist der? Ah, der ist da. Vielleicht kann ich den da irgendwie... Wo ist jetzt die Maus hin? Watt. Ich müsste eigentlich jetzt noch... Ja, die Spitzhacke, die kann ich ja eigentlich wieder mitnehmen. War jetzt nicht so schön. So, da runter, da rüber. Und dann hier wieder hoch. So. Die... Kleine Spitzhacke. Ganz wichtig. Vielleicht schaffe ich das so, dass ich den nur auf die Mütze oben hau, ohne dass der eigentlich was nur bekommt. Ist aber noch ein Creeper. Ups. Bei den Maus. Nein, 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 nein. Ups. So, die Maus ist schon mal tot. Und der Eisbär, wo ist der jetzt wieder hin? Ach, der steht noch da, oder? So, ach, das ist nicht einfach jetzt. Den Eisbär zu können. Ja, war doch relativ einfach. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. So, die Gefahren sind beseitigt. Äh. Jetzt als allererstes mal wieder... Hier ein bisschen was umarbeiten. Äh, ja. Das brauche ich und das. Ich muss mir wahrscheinlich Essen mit kurzem noch als Tacke leider erstellen. Das ist ein bisschen blöd. So, so. So. So, um halt wieder Anstein zu bekommen. So, und dann. Das bleibt. Das heißt, kann ich mir hier das eigentlich wegmachen. Da kommt sowieso, ja, die Mauer hin. Also rechts neben mir jetzt. So, und hier überlege ich gerade. Das ist dann... Ja, das kann noch weg. So. So, und dann gehe ich gerade wieder hoch. Dann crafte ich mir gerade... Ops, wo ich das nicht kenne. Jetzt hier die Kohle kratten wir raus. An den... ...Table. Da müsste ich dann... ...mal gerade ein paar Stacks machen. Das reicht. So. Zwei Fackeln reicht am Anfang jetzt erst mal aus. Hier nochmal Stacks voll. Also Stöcke. Stacks sind ja diese ganzen... ...Glöcke. Also 64 Stück. So. Aber egal. Zwei Spitzhacken aus Pflasterstein. So. Ups, ein Stein zu viel. Aber das macht nichts. So, der Rest wird wieder in der Truhe verstaut. Ist ja eigentlich schon auch wichtig. Weil wenn ich das verliere, ist es... ...nicht schön. So. Also zacke, die kann ich, glaube ich, dass ich die auch wieder verbrennen kann. Das wird, glaube ich, kein Problem sein. So. Ach ja. Jetzt habe ich mich wieder selbst verarscht. So. Stein nehme ich natürlich. Und... Ist natürlich klüger, wenn ich da irgendwas zubauen will. So. Dann... ...hier nehme ich erst mal nichts weg. So. Aber... ...hier, das kann auch noch weg. So. Wie... ...wie sieht es jetzt hier aus? Ja. Ups. Da geht es wieder ein bisschen wieder was weiter runter. Äh... ...äh... ...so, hier... ...kann ich das noch ein bisschen wegnehmen. Ups. Ich bin wohl ganz gut umgelandet. Okay, weil ich muss jetzt grad gucken, dass ich hier die Löcher so zu... was ist das denn? Toll. Okay, dass ich die Löcher so zu mache, dass ich dann auch die Steine dafür habe, dass das dann ausreicht. So, hier das hier noch ein bisschen wegmachen. Ich glaube, das müsste Marble heißen, ist auch von dem Mod. Von was das für ein Mod ist, weiß ich das jetzt auch gerade nicht genau. So. Und ich bräuchte mal die Fackel hier so hin. So. Okay, es wird wieder dunkel. Heißt, ich verpisse mich gerade nach oben und in mein Bett. So. Gute Nacht. So. Ein neuer Tag. Und dann kann es auch schon weiter gehen. So. Hier, das kann ich ja eigentlich als erstes auch dicht machen. Das ist eigentlich relativ unwichtig. Das heißt, hier keine weitere Höhle oder so. Also nicht notwendig. Aber hier liegt schon jetzt mehr Stein. Das kann ich schön alles mal abbauen. So. Das weg, das weg, das weg. Allzu tief mache ich das jetzt auch nicht, weil ich habe keinen Bock, dass ich hier noch irgendwas in der Höhle wieder ausgrabe oder so. So. Das reicht auch. Hier Marble will ich nicht als Hintergrund haben. Oder auch nicht als Wand. So. Gut. Dann kann ich das hier schon mal eigentlich so gut, wie es geht, so machen. Hm. Gut. Ein Loch schon mal weg. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich dann hier oben. Ah ja, da ist ja auch noch was. Also jetzt. Ich stiche das gerade hier auch erstmal weg. Und ab. Untertitelung des ZDF, 2020